Hallo Leute! Guten Morgen! Heute ist Montag und willkommen zu einem neuen Video. Ich schreibe die ganze Aufgabe auf. Ich habe Puffung von Montag bis Donnerstag von 22 bis 1 Uhr. Endlich Mittagessen. Ich habe Puffung von Montag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich putze meinen Tisch und breite mich auf die Puffen vor. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020